Ich möchte euch hier ganz kurz mal auf den Stand mitnehmen, zeigen, was es Neues bei Touratec gibt. Als allererstes der Katalog, 1668 Seiten, voll mit den besten Teilen aus dem Adventure-Bereich, aus Streetline, aus Timeless. Wir hatten es bereits angekündigt, jetzt ist er fertig, auf allen Messen zu haben und ihr könnt natürlich auch einfach bestellen, ihr bekommt ihn zugeschickt. Großer Schwerpunkt bei uns wird der Tourenanzug Compañero sein, mit dem Konzept, was wir letztes Jahr sehr erfolgreich im Markt eingeführt hatten. Wir haben für dieses Jahr eine zweite Variante in einer grau-schwarzen Ausführung. Also jetzt für alle, die der Meinung sind, muss nicht immer gelb mit drin sein. Es gibt Motorräder, da passt diese Farbe vielleicht nicht. Für mich ist die gelbe nach wie vor absolut die Farbe, mit der man besser gesehen wird. Aber hier in einer schwarz-grauen Ausführung, hier der All-Weather-Red, also die äußere Schicht. Innen ist etwas mehr grau verbaut, aber eine dezente, trotzdem sportliche Ausführung vom Compañero. Wir müssen hier kurz Zwischenraubpause machen. Kollegen sind alle schon da, würden ganz gerne den Inhalt von dieser Neuerung haben. Es ist ein Bier-Crate-Holder, kompatibel mit unserem Rapid-Trap-System. Also wer einen Rapid-Trap-Topcase-Halter hat, kann diese Bierkistenhalterung auch auf sein Motorrad drauf machen. Eigentlich hauptsächlich mal für den deutschen Markt, wo es die genormten Bierkisten gibt. Jedes Motorrad-Treffen wird zum Erlebnis, man wird auf jeden Fall mal je nach Kistenausführung um die 20 neue Freunde kriegen. An der KTM, ein weiterer Schwerpunkt für dieses Jahr, Top-Cases in unterschiedlichen Varianten. Hier die niedrige Ausführung in schwarz eloxiert. Das Ganze gibt es in Alu-Natur, in silber eloxiert und auch in einer höheren Ausführung, dass der Helm mit reinpasst. Alles ausgestattet serienmäßig mit Rapid-Trap, unserer Schnellbefestigung. Das heißt, einhängen, draufdrücken, klicken und das Ding hält bombenfest am Motorrad. Auch neu auf den Motorradmessen hier 2012 der Touratec Travel Bag. Das Soft-Gepäcksystem, was eigentlich auf fast alle Motorräder passt, womit man modular Gepäck mitnehmen kann. Wenig bis wirklich sehr viel. Für einige Modelle gibt es dann auch noch einen Umbausatz, um dieses Zusatzteil, was wir hier hinten drauf haben, als Tankrucksack zu nutzen. Ein weiteres echtes Highlight für die Saison 2012 sind die Federbeine, die Touratec in enger Zusammenarbeit mit der holländischen Firma Attractive Suspension entwickelt hat. Lieferbar ab Ende Februar 2012 für sehr, sehr viele Modelle in drei unterschiedlichen Varianten. Da lohnt es sich einfach mal, entweder auf WebTV noch ein bisschen näher sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder im Katalog das Kapitel über diese Federbeine durchzulesen. Man bekommt hier einfach ein extremst hochwertig, haltbar verarbeitetes Federbein für den Reiseeinsatz. Das Beste, was derzeit am Markt verfügbar ist. Es sind soweit jetzt mal unsere Highlights für die Messen. Wir würden uns freuen, wenn wir noch viele Leute auf unseren Stand bekommen. Wir sind noch in Dortmund. Wir sind dann bei unserem Travel-Event natürlich zu sehen. Wir werden auch in Garmisch bei den BMW Motorrad Days sein. Ja, und sonst würde ich sagen, einfach mal bei einem unserer Vertriebspartner oder bei uns direkt in Niederöscher vorbeischauen. Wir freuen uns immer, wenn ihr kommt. Und ja, wir sind für alle Fragen offen. Dankeschön. Dankeschön.